Ja, ich wünsche dir auch einen schönen Abend. Ich wünsche dir einen guten Abend. Ach fuck ey. Was hat die gemacht? Hat die ihn sich dupliziert? Oder was hat die da eigentlich genau gemacht auf ihrem Kugenskill? Das sah so ein bisschen aus, als wenn die sich dupliziert hätte. Oh, ich höre ein Geräusch, als wenn jemand rennen würde. Okay, okay. Munition und Rüstung aus dem Polizeiwagen nützlich für das Überleben in der Nacht. Ich habe bisher jetzt einen einzigen Polizeiwagen gesehen. Schinkewehr aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs besitzt. Sie wird einen Feuermodus für den nahen und fernen Kampf. Ah, okay. Hmm, okay. 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 Aber es sieht halt irgendwie so dieser Schweiß oder dieses Nasse, sieht halt echt aus wie Glitzer irgendwie, ne? Aber mich stört es jetzt nicht, aber... Naja. Das habe ich auf jeden Fall in der letzten Runde nicht so gut gemacht. Ach, kommt schon. Warten auf Spiele. Äh, Kai, also fängst du dann morgen an mit Teil 1, oder was? Sehe ich jetzt erst. Aber es gibt unglaublich viele Teile, ne? Tell me why gehört der, glaube ich, auch irgendwie noch dann zu der Reihe dazu. Ja, nein, jetzt habe ich direkt den richtigen genommen. Fug. 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 Na toll. 50 Sekunden tölt. Fug. 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 Was, der kann mich durch die Wand abschießen? Fug. 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 Er hat das Augenlid gestochen, vorhin seine Mutter angerufen. Oha, harte Worte, Malcolm, harte Worte. Viermal ins Augenlid. BTF. Auf offener Straße, oder was? Das ist ja heftig. Sehr, sehr heftig. Im Sch... Was? Heavy im Schlaf. Jetzt bin ich komplett verwirrt. Foto gesehen. Boah, wie heftig aber, ne? Wie heftig. Vier Schüsse. Von rechts. Harte Worte. Oh, da ist einer oben auf dem Dach. Ich brauche erstmal was Bisseres hier an Waffen. Oh fuck, bleib doch stehen, du dummer Wicht. Oh fuck, bleib doch, bleib doch, bleib doch. Ich brauche eine bessere Knarre, ey. Diese Rotzknarre. Okay. Okay. Ich werde mal da unten. Das ist aber ziemlich weit weg von mir, oder? Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Da hinten öfter. Ah. Oh mein Gott, ich bin enttöd. Schaffe ich never. Fuck. Oh nein, ich werde ihn holen. Das war der Plan. Ja, hast du gut hingekriegt. Shit. Ich wollte ihn so gerne wegsnacken. Ich wollte ihn so gerne wegsnacken. holen. Na gut, guck mal. Das ist gut bei dir. Schade. Ich hätte die gerne genommen. Ah, ich habe euch schon mal weg. Ach komm, er. Ah, nicht mehr Fehler, bin ich rank 2, hey. juhu ach fuck geht so warum was nun good morning ich bin mir spieler zum boden mit billige fernkampfwaffe das muss ich auch noch mal passiert hier ein ah ok elysium ok ah ist das blöd ein paar mal wäre ich schon weitergekommen wenn ich mich nicht irgendwie durch irgendwelche sachen enthüllt hätte aus Versehen weil ich es halt nicht besser wusste dann in dem Moment ja fuck 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 vor allem wenn sobald du dich enttarnst oder enthüllst bist du halt einfach frisch vielleicht dann musst du rennen einfach die Beine in die Hand nehmen und einfach nur in Bewegung bleiben dann dann Vielen Dank. Schlachthaus hinten oder die Disco, ne? Da kommen auch sehr wenig irgendwie Leute. Immer am Anfang. Was schmerzen oder was, Coco? Oder was ist los? Aber die gefällt mir eigentlich schon gut. Die haben die Klasse. Kann ich mich schnell mit aus dem Staub machen? Das ist eigentlich voll mein Ding. Kurz rein, schnell wieder raus. Ich meine, dieses Warten auf andere Spiele. Wo trennt ihr euch gerade so rum? Spielt noch jemand gerade Vampire? Bloodhound oder? Das zockt ihr gerade. Abkarreiten. Dein PC schafft das Spiel nicht? Was? Was hast du denn für eine Grafikkarte? Weil die sind doch, ich meine, 1080 mindestens, glaube ich, oder? Oder ne, 960, glaube ich auch. Habe ich zumindest bei den Anforderungen gesehen. Hm. Nein, ich entscheide mich doch dafür. 50 Moments schieben. Da ist einer. Hm. Hm. Ich sehe ihn nicht. Ach, lecko mio. Weißt du? Ich verzieh mich immer ganz schnell. Ich hoffe auch. Ich komme mir doch weggekrochen. Nein, lass mich, lass mich leben. Ich war so zufrieden mit meiner Waffe. Ach, lecko mio. Keine Ahnung, was so los ist. Was zeigt ihr denn an für ein Fehler? Ich war echt zufrieden mit meiner Waffe gerade, ne? Ich war super zufrieden. Ich hätte den so gerne weggeknüppelt. Äh, Schmerzen hast du nicht. Ah, okay. Ja, aber du meintest, es geht so. Oder ist dir einfach nur langweilig? 10 FPS? Oha. Okay. Das ist krass. Ich musste gar nicht groß irgendwas einstellen oder so. Ich weiß aber nicht, wie viel FPS ich hier auch gerade habe. Ach, ist das ärgerlich gewesen. Ah. Okay, das ist dann das eine Outfit, verstehe ich. Langweilig passt ganz gut. Spielt es doch auch. Spielt auch auch Vampire. Ist kostenfrei. Spielt auch. Hast du ein bisschen Battle Royale-Modus? Mit dem Übernatürlichen. Ich meine, das ist doch mindestens besser als League of Legends, ja? Wobei ich mich hier stellenweise genauso ärgere. Wie du manchmal im Discord. Spiel ich auch so oft. Ja, wenn du im Discord bist, bist du irgendwie schon gefühlt, ja? Eine Minigun gibt es auch. Okay. Boah, das ist die, die der Dings-Warn hatte, glaube ich. Die fand ich mega cool. Die Minigun, die hätte ich gerne mal. Bei LoL kann man mehr tilten. Na, ich spiele mit Absicht kein LoL. Also zum einen spricht mich LoL nicht ganz so an, muss ich sagen. Und wenn ich mich ärgere, dann ärgere ich mich richtig. Da bin ich ein bisschen zu Wort gewandt für den Stream. Ich muss einen auf dem Boden liegen. Das ist meine Herausforderung. Ja, wenn du eine Langeweile hast, Coco, mach mit, ey. Why not? 10 FPS nur. Wenn du da eine Einstellung machst bei deiner Grafikkarte, ändert wahrscheinlich nichts, oder? Was hast du für einen PC? Etwas älteren. Hm. Okay. Schade. Bockt schon. Das Game. Bockt schon. Bockt schon. Wieso schaffe ich das immer, mich zu enthüllen, hä? Wieso schaffe ich das immer? Ich bin sichtbar, ich will nicht sichtbar sein. Ich muss rennen. Ich kann gar nichts machen. Ich muss warten, dass ich nicht mein Töte bin. Mich erfolgt auf jeden Fall einer. Oh, von allen Seiten. Leko Mio. Nein! Ich hab grad Q gedrückt. Fuck you. Fuck you. Ist doch sehr, gar nicht. Boah, die Stelle klappt mal gut und mal klappt es nicht so gut, ey. Fug. Ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Das stand nicht schon hinter dem, weißt du? Vielleicht sollte ich mein Dings überdenken. Mein Schlachtplan am Anfang. Ich weiß nicht, prinzipiell muss ich am Anfang ja aufräumen und rein.